Tief im Inneren des Planeten Nexus lauert etwas Schreckliches. Etwas jenseits der Wissenschaft. Megabeute Transmutation Willkommen im Fäulnis-Refugium. Er schnuppert die Wunder des Wuchersumpfs. Genießt die gastrointestinalen Schrecken des Globellums. Feiert mit den mutierten Dienern der Entität und noch viel mehr. Wenn ihr das überlebt, erwartet euch ein fetter Haufen Transmutationsausrüstung. Damit wird sich eure Legende ausbreiten wie ein Wies. Megabeute Transmutation Habt ihr das alles verdaut? Absolut. Absolut.